aha los klappern wir die küste ab hier warte 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 ist das nein haben wir hier die küste entlang ich habe nämlich die race minimap nicht mehr an und ja ich fand jetzt einfach der küste entlang so lange bis wir das erzählen das ist ja ein cooles art ist unser tor sohn die erfahren und fahren mit vielen fanfaren und fahren und zu schritt der triumphale zugeweiter mit unbändigem zuneigungsschreien und so weiter so immer weiter in die ferne das ungewisse land und wir wissen nicht was uns erwartet die welt wird neu generiert und wir sehen wie sie ganz unsoft gebaut wird nicht so wie ein club ist den coolen game nein sie wird ganz hart gemacht und wir fahren der küste entlang und suchen nach dem deshalb so und nebenbei sehen wir squids und schweine zu ihren rechten sehen sie schweine und zu ihrer richtung sehen sie auch ein paar bäume und schick games denn sehen sie auch nur zu ihrer rechten ja aber wir bald nach rechts um diesen kleinen graben herumfahren werden so rechts sehen sie ein paar big trees die vor langer zeit gespawnt sind und die sich nicht verändert haben seit dem anfang und uns ist modus so und wir fahren hoffentlich nein 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 das gehe ich nicht so wir sind heil durch die lief durch gekommen so die fahren weiter der küste entlang und wir wissen nicht was uns erwarten wird so dann machen wir hier gerade ausfahren wollte ich sagen so und ich glaube wir kommen in eine bekannte richtung hier diesen wert haben wir doch schon mal gesehen und ich habe unsere schaufel vergessen scheiße nein das ist egal denn wir fahren weiter hier der küste entlang und ich glaube wir sind sogar auf dem richtigen weg auf dem richtigen weg zu unseren altbekannten villages zu kommen um dort nach unserer dessen nach dem deshalb zu suchen um dort unseren sand abzubauen so und ich steige mal aus jetzt muss man schiff drei krieg so danke für das boot so und dann geht zu fuß weiter so und ich glaube wir kommen wirklich in eine richtige richtung hier ich glaube ich kenne ja ich kenne diese gegend glaube ich hier in dem hügel wo bist du boot boot bist du hin oh mein gott wir haben unser boot vor ja wir sind in der richtigen richtung ich habe nämlich vorher dächer gesehen genau die hier so und wir kommen zu unserer altbekannten village wir werden mal ein paar leute hier ansprechen die nach 1.6 stern hat jetzt sprechen können so geben wir frisch und munter hier zu unseren freunden den villages hört ihr es hallo wie geht es dir bert hallo wie geht es dir franz geht es euch gut ja das ist toll dass es euch gut geht so danke dann geht es haben wir das hier schon ja hier waren wir schon definitiv hallo fährt so und dann geht es hier weiter und ich glaube ich glaube hier in der richtung liegt noch eine village und danach gerade deshalb wenn ich mich nicht ihre wir finden es heraus die sonne geht bald wieder unter gehen wir hier entlang oh mein gott das sind creeper oh creepy creepy fast da haha du kannst mir nichts anhaben weil du im wasser stehst und explosion können wir im wasser gar nichts anhaben loser und ich merke es waren fehler ohne bett hierher zu wir haben sie erreicht wir haben die wüste erreicht leute jetzt wird sand abgebaut und dort ist unsere village die zweite so schade dass wir kein bett machen doch wie kein bett machen wir können ein bett machen wir können ein bett machen oh mein gott wie schnell war es der der mich so was von erschreckt danke hier sollte es doch mehr noch haben ok wir müssen die nacht durch kämpfen nein wissen wir noch ein wallblock und dann sind wir gut das willst du nicht rein ich will zu euch rein ich will zu euch rein danke so wir sind hier der bibliothek hm du bist mir ein bisschen leid so oh mein freaking goodness wow knockback 1 ist das du? nein hm du gibst uns du gibst uns Brot du mir Lederhosen du gibst mir Glas du 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 hm nicht sehr gute trades oh hier rennt aber einer ich sollte jetzt in die desert ins desert gehen weil So, die sind drin. So, Potions hab ich noch alle. Oh, oh. Bernd! Bernd, komm zu uns rein. Komm zu uns rein, schnell! Das hast du gut gemacht, Bernd. So, ich werde mal meine Potions trinken. So, okay. Potion an. So, erstmal einmal voll trinken. So. Und raus. Noch jemand anders. So. So. Macht mir nichts. So, die Creeper. So, schnell hier weg. Hier sind mir zu viele. Einfach zu viele. So, dich hab ich auch. So, hab ich. So, hab ich. Die, Spinne, die. Die. So. So, dich hab ich auch. Oh, ich konnte auch noch. Zur Party. So, dich hab ich. So, schauen, dass kein Creeper uns folgt. Bam! You've got nothing on me. You've got nothing on me. Tschüss, Creeper. Oder noch nicht? Soll ich dich anspringen? Bam! So, unser Potion-Effekt ist weg. Wir werden jetzt die zweite Potion noch brauchen. So, weg mit euch. Schleimer. So. Dich, äh, wegbolzen. So, du bist dran, Enderman. Schau dich gar nicht an. Nicht anschauen. Nicht anschauen. Jetzt müssen wir die Creeper weghaben. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Oh, die kommen ja noch erst. Wow, von wo kommen die? Ich bin hier, ich bin hier, ich bin hier... Ich bin hier, ich bin hier...